...druckt, dass ich das soweit geschafft habe im Grand Champ mit dieser scheiß Tastenbelegung. Aber egal, ich kam dann letzte Woche auf die Idee, wo ich gesagt habe, okay, ich will eigentlich mal höher kommen. Und das geht ja mit der Tastenbelegung nicht, deswegen habe ich mir tatsächlich ein paar YouTube-Tutorials angeschaut und geschaut, was für Tastenbelegungen denn die Pros machen. Und naja, kurzerhand habe ich natürlich meine Bedienung auch umgeändert. Ihr müsst mal überlegen, circa sieben bis acht Jahre, wo ich mir das verinnerlicht habe, wo ich praktisch nicht mehr nachdenken muss, sondern einfach Spiele einfach mache, über einen Haufen geworfen. Das ist schon ein sehr großer Schritt und habe echt lange überlegt, ob ich es überhaupt machen sollte. Und generell war ich guter Dinge. Ich dachte mir so, okay, warum nicht? Machen wir es doch einfach dieses Season. Und naja, der Plan war eigentlich perfekt. Bis ich gemerkt habe, dass ich eine kleine Sache vergessen habe. Für dieses Season habe ich noch nicht die...